... Beide Regionen haben eine große Marktmacht, was nicht näher an sich zusammenzutun, auch als Wettbewerber, ja, das müssen wir deutlich und klar sagen, auch als Wettbewerber, um die Herausforderungen unserer neuen Welt besser bewältigen zu können. As Singapore's Foreign Minister, I must say that I respect and understand the position of countries who in principle oppose capital punishment. But we ask that there be an equal understanding of the position of countries like Singapore, which have capital punishment. ... 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